Das kommende Album von Kerstin Ott trägt den Titel Für Immer Für Dich. Das Album erscheint voraussichtlich am 18. Oktober über das Label Polydor. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.